Hallo und herzlich willkommen zu der motherfucking awesome extreme week of Audiosurf nur hier bei TopDown Games und auf vielen anderen Kanälen, wo es das Spiel natürlich auch gibt. Audiosurf, ganz einfach erklärt, ein Spiel, da könnt ihr eure Lieder absurfen, wisst ihr? Da habt ihr dann so coole Dinger, seht ihr dann, und da müsst ihr dann bestimmte Farben einsammeln und bestimmte Blöcken ausbrechen und so. Gibt es verschiedene Modi, hier Mono, Erasure, Pointman, Pusher und Double. Ich werde mir den Mono-Modus vornehmen, weil ich den einfach am besten kann und nur für euch natürlich auch den schwersten Modus, ganz einfach. Wir sind bei TopDown Games halt mehrere Leute, ich heiße Robin, werde natürlich ein Metal-Lied nehmen, so als Metaller, also so metalig ist es auch nicht, da ich dachte, ich nehme mal ein bisschen softeres Lied. Und das Lied, was ich nehme, ist The One You Are Looking For Is Not Here von Catatonia von dem neuen Album Dead and Kings. Ist halt wie gesagt ein bisschen softer, hier natürlich Effekte aus und so. Und ich muss auch sagen, das ist schon meine zweite Aufnahme. Meine erste Aufnahme hat sich leider verabschiedet auf YouTube. Ihr wisst ja, Kema und YouTube, zwei Freunde für die Ewigkeit, best friends forever. Gut, ja, irgendwann kommen dann die anderen Leute von TopDown Games diese Woche noch dran. Ich denke mal, morgen dann und so geht es dann weiter. Jeden Tag eins, mal gucken, ob wir es schaffen. Je nachdem, wie die anderen das einhalten und so. Aber ich möchte jetzt nicht weiter quatschen, wünsche euch viel Spaß bei dem Song und denkt immer dran, klickt euch geil, ihr Lümmel. Das Breaking Vowel Das Breaking Vowel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.